Darth Vader wird übel. Warum? Ihr seht es jetzt im Purplus Podcast. Darth Vader ist im Dienst. Mensch, Leichtmatrose Bröckelmann, jetzt halten Sie doch mal das Schiff gerade. Sie fliegen ja genauso bescheiden wie meine Mutter. Das habe ich genau gehört. Entschuldigung, Mutter. Wo sind denn meine reiße Kaugummis? Mir wird ja ganz Blüme. Mist.